Willkommen bei Mitte spricht. Heute waren wir an dem ehemaligen Diesterweg-Gymnasium in der Puttbusser Straße gemeinsam mit dem Staatssekretär für Schulbau, Dr. Thorsten Kühne. Wir haben die Schule besichtigt. Herr Kühne war sehr beeindruckt von der innenräumlichen Struktur dieser Schule, die man als Proto-Kompartment-Schule betrachten kann, weil vieles von dem, was heute im Schulbau berücksichtigt wird, hier schon berücksichtigt worden ist. Was wir jetzt als nächstes tun, ist nochmal eine belastbare Kostenschätzung abzuliefern, um weitere Anstöße zu geben, dieses Gebäude wieder in Funktion zu bringen.